Game Keys und Game Cards. MMOGA. Dein Gaming Spezialist mit Kampfpreisen. Moin moin und herzlich willkommen ja zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, heute gibt es Gribble.io hier, da malt man hübsche Bilder, das wird sehr lustig und mit dabei unter anderem ist einmal der gute Zero, den ihr mittlerweile auch kennen dürftet. Stell dich mal kurz wieder vor, Zero. Moin, ja, was heißt vorstellen, ne? Also man kennt mich ja schon, wie du gerade sagtest. Ich wünsche euch viel Spaß. Dann einmal die gute Ana ist dabei. Hallo. Und der fiese Robert ist natürlich auch mit an Bord. Hallo. So, wir starten hier zehn Runden, ein Malwettbewerb, mal gucken, wer hier gewinnen wird, Leute. Das wird auf jeden Fall eine sehr, sehr lustige und unterhaltsame Session, aber ihr seht selber zu. Ach, der Robot ist dran. Robert, Robert, mal uns was Schönes. Mal ja ordentlich. Vor allen Dingen, das ist auch ein langes Bord hier. Ach, scheiße, das habe ich mir noch verschrieben. Strichmännchen? Ah. Ach so, ah, okay. Erster. Yes. Ich wollte erst sagen, ob das Hannibal ist. Ich war schneller. Ja, ja, aber nur, weil ich so langsam tippe, weißt du, weil ich muss das alles so. Ach so, scheiße. Ich muss das alles per Handy eingeben. Aber wie soll ich das denn machen? Mach einfach. So schweißt du schon nicht. Gott, ich kann mich nicht entscheiden. Ja, Gott kann dir dabei auch nicht helfen. Okay. Dem stimmt mich zu. Ich kann nicht weinen. Penis. Das ist doch kein Penis. Wie sieht das? Oh. Ist das eine Entzündung am Daumen? Oh Mann, ich kann das nicht. Was ist das? Lacken muss. Ist das irgendwie schwierig. Sammich. Ach so, warte mal. Vielleicht das hier? Nagellack ist es nicht. Hast du das schon ausprobiert? Ja, steht da. Aber wer macht sich denn auch so Nagellack drauf? Elefantenhände. Elefantritis. Oh Mann. Ähm. Ja. Nee. Lassa? Ach Gott, wie wollte ich das noch machen? Das ist doch keine Nagelfeile. Hä? Ähm. Ach Gottchen. Was? Es tut mir leid. Ich kann nicht weinen. Was ist das denn für eine Scheiße? Was soll das denn sein? Nagel... Nagel... Nagelpflege. Nagelpflege. Da haben wir Männer nicht. Ja, ihr habt da keine Ahnung von. Ja, klar. Vor allem so nicht. Also so verkritzeln tue ich noch nicht mal Nagellack. Hast du doch mein Schminktutorial gesehen? Sogar da war ich meisterlich. Ich hab's. Das ist Kartoffelkopf. Was soll das denn sein? Aha. Oh, wir hatten alle die gleiche Idee. Wie geil. Wir sind alle drei Genies, ey. Das ist keine Qualle. Nein. Oh, es ist die Sonne. Ähm. Ha! Geil. Ähm. Ja, wir haben's auch wieder. Yay. Koralle. Oh, wir sind solche Meister. Mann! Was machst du da? Also kacke ist es eindeutig nicht, Robert. Nee. Robert! Ich bin stolz auf dich. Ey. So, jetzt mal ja ordentlich. Ach du Scheiße. Ähm. Ja, toll, ne? Langes Wort. Ja, es ist auch. Ist es auch irgendwie so. Es ist halt ein langes Wort. Oh. Was weiß ich denn, Alter? Was soll denn das sein? Ist ja aus wie ein Vogel oder so. Ja, hab ich auch gedacht. Aber das Wort ist zu kurz. Ja. Vogel plus. Verdaffel? Ach so, ich hab's. Ja, ja, komm. Oh. Ja, da hat sich jemand erraten. Robert hat's auch. Oh Gott. Da kommst du drauf. Ja, ist ja gut. Ja, komm, meine Zeichenkünste sind echt super. Das ist. Ja, war fantastisch. Dein Vogel war wundervoll. Ich fand, meine Stimme war meisterlich. Und der Vogel ist recht. Der Vogel war super. Hat der eigentlich eine Zunge oder was? Ich dachte, das ist ein Schnabel. Das ist ein Schnabel. Ja, eine Zunge wird er auch gehabt haben. Gehe ich mal von aus. Okay. Selbstmord. Hä? Ähm. Was ist das? Hä? Was macht der? Okay, ich versuche es mit zwei Bädern zu umschreiben. Du bist von einer Wand drin. Okay. Es sind mehrere Menschen anscheinend, okay? Aber hat der da eine Knarre in der Hand, oder was ist das? Das ist eine Hacke. War es eine Hacke? Ich hätte dir das Bumme dann gesagt. Hacke Peter, ganz klar. Hacke Peter. Hacke wie Peter vielleicht, ja. Das hier ist eine Faust. Oh, das ist eine Faust. Und daneben ist ein Baum wahrscheinlich. Links ist das eine, die erste Hälfte und rechts die zweite Hälfte. Okay, also Bilder-Faust-Kampf. Bilder-Boxen. Ja, dafür... Hä? Also er steht da und... Also es ist schwierig. Ähm... Was ist denn das linke? Das linke sind für mich... Ja, zwei Kinder. Bild. Genau. Oh, Bild... Bildhauer. Bildhauer. Aha. Wir haben aber keine Hacke, ne? Aber okay. Also ich habe die Folge von Spongebob gesehen. Da hatten Tadeus und Spongebob eine Hacke. Ah. Scheiße, wie soll ich denn das machen? Na gut, bei Spongebob bist du aber auch Feuer unter Wasser, ne? Okay, ich sehe hier was, was du nicht siehst, Mami, jetzt, okay? Äh... Ähm... Ich stehe da nicht drauf auf die Buchstaben. Jetzt müsstest du da aber eigentlich erraten. Ne, immer noch nicht. Alter, das Ding ist grün. Ja, schön, grün ist vieles. Ja, es ist grün. Grün ist auch... Warum schreibst du Bohne? Seit wann sind Bohnen grün? Bohnen sind grün. Das reicht nicht. Das sind nicht alle Bohnen grün. Ich dachte erst, das wäre Norwegen. Wow. Ich habe mir solche Mühe gegeben, ihr Schweine. Stimmt gar nicht, die Gurke sah von Misshandelt aus. Ey. Ja, die war voll kaputt. Schade ich. Das ist das Haus von Nikolaus. Das sieht doch gerade so aus. Ne, jetzt nicht mehr. Ah. Das dürfte eigentlich nicht so schwer sein. Ah, Robert, schneller. Kein... Mit der Türseite ist schon gar nicht so schlecht. Ja, ne, aber ich habe schon was gedacht, ey. Was soll das denn sonst erstellen aus dem Türgriff? Ja, guck doch mal, wo der Pfeil hättet. Es gibt für den Türgriff ein anderes Wort. Ja, für mich gibt es nur Türgriff und Türhenkel. Das war's. Nein. Natürlich, andere Begriffe kenne ich nicht. Ich bin Deutscher. Ja, ich auch. Türklinken, sowas begleitet sich nicht. Die Klinke putzen, die tue ich nicht. Wow. Aber komm, das Bild ist doch total einfach jetzt hier. Ja, ja. Okay. So, so. Robert. Ja, erkennt ihr es? Ja. Ha! Ich war schneller als Robert. Yes, Mann. Ich habe mich verschrieben. Ja, ja. Will ich jetzt auch sagen. Ich dachte erst, das wäre Tanzverbot. Wow. Eierkopf. Er schreibt. Ich habe aber Tanzverbot nicht gelesen. Okay, es wird immer skurriler, was hier gemacht wird, okay? Ach du Scheiße. Was soll denn das sein? Ich würde sagen, ein Hund eventuell von hinten oder so. Nee, das ist kein Hund. Der Hund ist nicht rot. Was ist das? Warum hat es Augen im Hinterkopf? So ist der Arsch gelb gestreift. Das ist dein Körper. Okay. Das ist ja auch so, dass wir alles gelb. Also ich habe noch keine Tiere gesehen, die einen roten Körper hatten. Aha. Fabian. Hä? Hä? Welches Tier hat denn... Äh. Ich verwirrt. Ich auch. Weil ich sehe den Buchstaben, aber das passt nicht. Aha. Und das Tier hat auch hinten seinen Kopf oder was hinten. Kann das sein? Nein! Ich habe es. Bam, Jungs. Ach, ich auch. Ich bin so Killer. Schreib mal das. Ja. Die alten Fans der 90er. Ich habe es fast richtig. Pikachu. Pikachu. Seit wann hat Pikachu einen roten Körper? Ja. Ja, das waren viele. Das soll ergeben sein. Ja. Pikachu mutiert. Oh, scheiße. Vielleicht hat Pikachu auch einfach... Vielleicht ist Pikachu weiblich und hat die Erdbeerwoche gehabt. Hat sich eingemalt. Sein Oster-Pikachu. Äh, what? Bitte, was ist das? Es ist so geil. Äh. Bäm. Brockenes Boss. Ja, ich war schon ganz oft da zu Besuch. Immer so, ne? Ich habe meine Freunde... Ich besuche meine Freunde da oft. LOL. Ja, ja, da besuche ich ganz oft meine Freunde. Weißt du, Scheiße? Als Oana die Tür gemalt hat, habe ich mir schon gedacht, so geil. Da gehe ich immer hin, so. Da gehe ich immer mein Mittagessen abholen. Das ist eigentlich ganz lecker. Hey. Hallo, die essen da sehr gesund. Gefängnis-Fraß, ey. Hä, bei uns hier... Das ist immer so wie Matschepampe. Ja, macht nichts. Bei uns im Gefängnis haben die ein Fitnessstudio drin, komplett Schwimmbad drin. Alles, ey. Geil, wir dürfen Fernsehen mitbringen. Das ist doch geil. Wir reden doch vom Gefängnis und nicht von irgendeiner Wellness-Oase, oder? Ja, so ist das aber. Bei uns im Gefängnis kannst du hingehen, da ist ein richtiges Fitnessstudio, richtiges Schwimmbad, komplett alles drum und dran. Das ist bei uns im Knast so echt geil. Deswegen kann ich nur sagen, so wenn wir in den Knast gehen will, so... Kommt zu uns, ihr bekommt alles. Warme Mahlzeiten. Was ist das denn? Ist doch keine Kaffeetasse. Ja, ich habe gerade einen Kaffee gedacht. Tut mir leid. Für mich sieht das aus wie so ein Sack Reis. Okay. In China fällt ein Sack Reis um, ne? Interessiert niemanden. Ne, ne. Es könnte ein Pommes sein. Aber... Ne, jetzt ist es keine Pommes mehr. Ähm, das plus das. Also das erste Wort fängt mit M an. Ich hab's. Es sind... Es sind Marsbeutel, Aliens. Auch nicht. Auch. Also so schwer ist es eigentlich nicht. Aha. Hast du es denn schon gelobt? Das hier links ist, was du essen. Und das rechts hier ist, was man drauf macht. Das hätte ich auch nicht schreiben können. Wie sieht denn bei dir Mayonnaise aus? Alter. Das sah aus wie Mais. Das hätte ich aber auch nicht schreiben können, Mayonnaise. Bin ich auch ehrlich. So. So, ey, wir machen das jetzt ganz schön. Ich mach's auch gerne nochmal in einer anderen Farbe. Eventuell hier so für euch. Äh? What? Ja, siehst du, der Robert versteht mich. Oh ja, ich hab's nicht gecheckt erst. Guck mal, der hat voll das geile Grinsen. So fast das Nike-Grinsen in der Presse. Product Placement. Lol. Product Placement, liebe Leute, kauft Nike-Produkte. Ey, Schleichwerbung hier. Pssst. Was ist mit dir? Ja, ich mach auch noch Schleichwerbung für Beate-Use-Sachen und so. Weil du hättst Schleichwerbung für Warzenmittel machen müssen jetzt. Ach so, ne, ich mach noch Schleichwerbung für Vibratorenhersteller. Die bringen mehr ein. Da verdiene ich mehr. An Warzenprodukten verdiene ich nicht so viel. So, die geben nicht so viel. Okay, jetzt raten wir. Es ist ein Mann. Er hat. Ich hab's. Das da. Hä? Ups. Ich hab's auch. Ich bin der Boss. Easy. It's easy, PC. Oh ja. Oh nein. Oh doch, du musst was Geiles malen. Wie soll ich denn das machen? Die sind doch alle Kacke, die Wörter. Ja, mal Kacke. Dann mal Kacke. Okay, ähm, wie mach ich denn das? Weiß ich nicht. Mal irgendwas. Mach was Sinnvolles. Okay, du malst. Voll schwer. So schreibt man das aber nicht, ne? Hier, Vibrator. Vibrator. Ventil. Ist doch nicht aus wie ein Vibrator. Hm. Vielleicht ist es ein neunschwänziger Vibrator. Bäh, Junge. Hä? Bäh, Junge, Brocken ist so geil, Alter. Ich bin so der König, ey. Ich kann mir so ein Ei drauf pählen, wie gut ich bin. Hä? Ja, ne? Brocken weiß das, weil Brocken, der gebildetste Mann. Brocken ist einfach geil. Ja, siehste. Anna besteht aus. Brocken ist einfach geil. Zaro. Der Beste. Siehst du? Pählt euch ein Ei drauf. Ey, ich hab mir voll Mühe gegeben. Ja, ich hab's doch auch geraten, Schatz. Ich bin super. Ja, wir haben nur einer. Da, siehst du? Oh, lol, Alter. Ach komm, leck mich, ey. Ich hab mir voll Mühe gegeben. Ja. Das sieht eher aus wie ein Oktopus, der ein Boot angreift. So auch wieder nicht. Okay. Nee, ist es nicht. Okay. Ja. Ich war dran, ich war doch schneller. Ich war nicht ganz so schneller. Oh, ja. Oh, ja. Super. Toll. Kann ich alles nicht malen. Mehr Begeisterung. Ja, ich weiß nicht, wie ich das malen soll. Los, hau rein. Mal halt. Äh. So, ich mal. Was ist das Haus vom Nikolaus? Nein, ich versuche jetzt was hier. YouTube. Na ja, darum geht's so indirekt, ja. So, und dann. Wow. Oh, weniger, weniger, danke, ey. Das ist zwei, das ist geil, ey. Aber, was soll das sein? Ja, ich versuche es halt, aber das ist halt... Das ist Haus vom Brocken. Nein, darum geht's gar nicht. YouTube Money, genau. Nein, darum geht's auch nicht. Das ist halt voll scheiße zu erklären, die Wörter. Meinst du das gleiche Bild jetzt zweimal? Ja. Ich mal. Äh. Äh. Ich weiß nicht. Mh, mh. Mh, mh. Paco, das passt doch gar nicht. Häh? Oh, hier, ich kann auch noch dazu irgendwie so tun, so, als wäre das ein, als wäre das hier irgendwie... Keine Ahnung, Alter. Ich weiß nicht, wie ich das zeichnen soll, ey. Das ist halt voll die komischen Wörter. Was soll das? Wörter, Herr Queen, liest doch kurz das Wort durch. Ich hab keine Ahnung, wie ich das zeichnen soll. Miniclip, lol. BTF, da wäre ich ja nie drauf gekommen. Ja, ich weiß auch nicht, wie ich das zeichnen soll. Deswegen hab ich halt irgendwie versucht, so mit der Zeitangabe und kurz und lang. Aber da hast du halt so viele Möglichkeiten. Ja, im Barcode ist es auch so. Ich scanne meinen Barcode immer, während ich YouTube mache. Ja, mach das nicht. Oh Gott, hast du kein längeres Wort gefunden? Mensch, Robert. Ja, jetzt hab ich das genommen. Und jetzt kann das nicht mal... Mondfinsternis war's gerade. Aus wie ein verkrüppeltes Haus. Nee, das ist ein Teebeutel, würde ich sagen. Aber das ist zu kurz dafür. Es sieht auch so aus wie dieses D&D-Schild, was die im, in den Hotelzimmer haben. Ein Grün? Oh, ich kann... Oh, wie heiß. Ein Kampfblatt. Ich weiß, wie es... Oh Gott, ey, die gibt's gar nicht mehr. Ich weiß aber, was es ist. Warte doch. Das wär mein... Ich bin... Ja, siehst du, ich weiß doch. Ich wusste schon, was es ist. Aber die heißen doch... Sie hießen doch früher so. Ach so, ich hab's, ich hab's, ich hab's. Ich hab's wieder falsch geschrieben, glaub ich. Kleider-Container? Nein. Guck mal, unten die... Da steht doch was unten neben dem Ding. Ja, 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 ja. Ja! Bier! Oh, Bier! So, er war fast ver... Ach, altglasser. Ach, du Scheiße. Die Dicke sind doch voll ausgestorben. Ja, jetzt kann ich's wieder löschen hier. Hätte ich eh, ich hätte... Oh Gott! Ähm... Bier! Ja, Bier! N-U-T-T-E-L. N-U-T-T... Passt hin, Nutte, passt da hin. Also, es ist... Wow! Hab schon vorher genau nachgezählt, ne? Weltmeisterklasse. Sie weiß nicht, wie ich das anders verhalten soll. Äh... Das ist ein Dillium-Mensch. Was ist das? Oh Gott, ich... Äh! Brocken ist immer so... Du bist doch krass, ey! Brocken ist so gut. Ich hab so schlecht gezeichnet. Ich weiß aber nicht, wie ich das anders machen soll. Ja, ist doch gar nicht. Ich hab's doch erraten. Ja, solange du das weißt, ey, das. Ja, ne, solange ich das weiß, Junge. Solange der Brocken das weiß. Kann's doch nicht so schwer sein. Was? Das würde behaupten, mein Intelligenzquotient wäre ja dem eines Toastbrotes gleich. Was zur Hölle soll das sein? Boah, ich hab's doch erraten, Leute! Ey, bitte, ey, dass ihr das nicht erkennt hier. Ach, ein Hügel! Ach, da leck mich doch. Brocken, er rät das hier voll krass so. Und hier macht er so... Horovic. Nee, nee. Ja, echt. Was soll das denn sein? Ein Dalmatiner! Nee. Es ist... Nee, das sieht nicht aus wie Musiknoten. Äh? Boah. Breakfast. Breakfast. Breakfast für Arme. Hä? Hä? Regen? Ja, hätte ich vielleicht auch gedacht, Autos im Regen. Was ist das? Er malt. Hä? Zylinder. Äh? Salzstreuer. Ja, was ist denn das? Nee, der muss jetzt was anderes sein. Es fängt ja schon mit W an. Irgendwas mit Wagen. Waschstraße. BTF. Das hast du... Das hast du sehr, sehr toll gemacht. Ja, ne? Finde ich auch. Das hast du wirklich sehr, sehr toll gemacht. Ja, man hat es nicht erkannt. Das ist doch kein Kackhofen. Nein. Oh, ich glaube, ich weiß es. Ja! Ja, ne? What? Das erkennt man doch voll. Dann los mit euch. Waschlappen. Wie immer noch nicht. Hallo, das ist Kunst. Ey, das ist richtig gut gezeichnet. Ja, jetzt könnte ich, könnte Leonardo da Vinci werden, ne? Ja, auf jeden Fall. Voll easy. Ja, besser so. Hä? Ey, Zero, jetzt enttäuscht du mich, aber. Also, ich meine, das hätte man besser machen können, aber. Ja, komm, das musst du doch erkennen. Birne. Oh, lol. Ach so, stimmt ja. Ja, du sitzt ja immer nur am Lagerfeuer. Kennst du denn nicht? Was ist denn das für eine komische Birne, Alter? Die ist voll gut gewesen. Ja, komm, die war wenigstens. Ach, ne Glühbirne. Ah, Leute, auf hätte man ja immer kommen sollen. Ich dachte an die Birne, die, das Obst, verstehst du? Nein. Ja, die schmeckt gut, ne? Die Birne. Weil sonst hätte da ja eine Glühbirne gestanden. Ja, ja, aber es war die einfachste Methode, weil die Birne so zum Zeichen, die hätte vielleicht nicht jeder erkannt. Es ist. Wenn das wirklich ein Fernsehen ist, dann hat der echt ein paar Probleme an der Seite. Das kann kein Fernsehen sein. Ah, ich glaube, ich weiß es. Okay, ich weiß es nicht. Küsse. Das sieht aus wie Kinder im Sand. Bäm. Brocken hat es auch. An sich hast du, Kinder. Ja, ja, ja. An sich hast du. Oh, toll. Weißt du, jetzt habe ich euch auch noch geholfen, weißt du? Ja. Ja, ja. Ihr Schweine. So, es gibt Punkte. Ich will die Wörter nicht. Was? Ja, das sind voll die Wörter. Ja, das sind voll die schön Wörter. Ähm. Ah, scheiße. Ich finde die Wörter cool bestimmt. Oh, okay. Es ist eine Wodka-Flasche. Das ist mir so schreckt der jetzt nicht. Mann! Brocken hat es gemacht. Bäm, 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 bäm. Ja, falls ihr noch nicht seid, schaltet jetzt aus. Ah, jetzt auch. Ja. Ach, das ist doch Mühe. Das hatte ich schon seit 20 Runden erraten. Aha, und Robert bekommt weniger Punkte als Johanna, die es gezeichnet hat. Ja, ja, weil ich mir auch viel Mühe gegeben habe. Ja, voll krass, ne? Auf jeden Fall. Ja, man hätte alles nehmen können. Eine Chokorie, was weiß ich, aber eine Flasche. Ja, ich habe halt Lust, etwas zu trinken, Mensch. Aber es ist doch bei einer Flasche auch gar nicht am Fuß. Doch, bei meiner Flasche, die hier steht, ist es am Fuß. Ja, Brocken blendet jetzt ein Bild ein. Von der Flasche. Boah, was haben wir da denn? Ähm. Aus wie eine Ampel. Das ist Marienkäfer, das ist Marienkäfer. Erkennst ihn nicht. Nee. Aber es sieht echt aus wie eine Ampel. Aha. Das ist Marienkäfer ohne Beine. Ein dober Marienkäfer. Vor allem viereckiger Marienkäfer, oder was? Neue Spezies. Doppelampel, er schreibt das auch noch, weißt du? Was ist das da jetzt, was du da jetzt gemacht hast? Das sieht mir irgendwie... Das sieht ein bisschen pervers aus, ne? Wollte ich mir mal gesagt haben. Oh, das wird so nicht besser. Was ist das? Also für mich sieht das nach einem Hähnchenschenkel aus. Hähnchenschenkel? Wie sehen denn deine Hähnchen aus? Ja, das möchte ich auch mal wissen. Wollte das sein? Was ist das jetzt? Okay. Wird nicht besser. Ja, aber soll das ein Liebster sein? Das ist doch eine Flasche. Doch, das ist eine Flasche. WTF? Was hast du getan? Hähnchenschenkel neben einer Ampel. Okay, alles klar. Ja, ja, ne? So ist das halt, ne? Oh, give me to me, baby. Ja, 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 ja. So, ne? Ja, ich bin der Künstler. Steht jetzt ausnahmsweise außerhalb. So, ne? Und dann... Was ist das? Hä? 99 Euro? Da. Ich kann auch hier noch da. Ne Null verkrickeln. Ah, das ist gerangen. Bier jetzt! Ja, siehst du? Die einen Leute sind gut, die anderen sind nicht so gut. Hier, ich mal nochmal ein B. Aber 99 Euro für Bier? 99 Cent, ja, ist kein Witz. Bei uns gibt's Edelbier, da kostet eine Flasche Edelbier, kostet 17 Euro. Das ist nur eine Flasche. Ja, würde ich nicht bezahlen. Die ist 0,2, 0,2. Mülleimer? Was? Sag mal, seid ihr denn Jeck, Leute? Das sieht man doch, was das ist. Ja, also bitte. Das ist doch kein Mülleimer. Ja, kommt. Ich wollte es gerade schreiben. Ja, ja, ja. Er hat doch den Pfeil extra gemacht. Ja, ich mach extra euch die Pfeile noch dahin, so nett ich bin. Ja, ich bin richtig. Go, Robert. Go, Robert. Mal uns was Schönes. Ja, die Nacht. Ja, blau, Nacht. Aha, 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 oh, nein, geht's. Aha, aha. Okay. Hä? Hä? Ah, ich weiß es. Hä? What? Nein, doch nicht. Verdammt. Nee, dafür ist es zu. Dafür sind es zu. Ich hab gedacht, er kann nicht malen. Achso, er kann nicht malen. Wecker, also bitte. Was denn ist, wenn es sich ja Wecker sind? Hahaha. Schreib mal selber mal hart hier. Na, reifen ist er auch nicht. Es ist eine Stadt. What? Stadt? Ich kann mal versuchen, die Umrisse von der Stadt zu malen. Oh, ich weiß. Umrisse von der Stadt? Oh, ich weiß, wie sie heißt. Oh, ich komm schon. Schreib es doch. Oh, ich weiß. Oh, ich weiß gar nicht, wie man es schreibt. Ich hab keine Ahnung. Nee, bei Doppel-O weiß ich es denn nicht mehr. Was soll denn das sein? Also, das ist ein Riesenrad und ein Glockenturm, eine Uhr. Toronto. Oh, lol. Ja, England-London-Turm. Ich hätte jetzt erst beim Riesenrad auch Prüttiart geschätzt. Das großbekannte alte Riesenrad, was da steht, wo nichts mehr ist. Der Big Bang und das Londoner Eye. Oh, wie soll ich denn das machen? Weiß ich nicht. Ich male es einfach. Male es einfach. Warte. It's so easy. Easy, easy. Easy, schizy. Okay. Ein Blutfleck. Was ist ein Appel? Nein, das ist eine Bird. Nein. Bäm. Bäm. Oh, ihr seid so krass. Ja, wir sind die Geilsten hier. Oh, ihr seid voll gut. Richtig gut, ey. Ja, ne. Wir sind Meister. Wir können... Kann man das nicht für ESL anmelden oder so? Hauptberuflich Skribbel, Skribbelmaler geworden oder so. Ich werde nie mein Lebensunterhalt mit Bildern, Mann. Baum. Jetzt musst du dir gut überlegen. Es ist kein Baum. Es ist eine Baumwurm. Ja, Mann. Ich war Erster. Es hätte auch eine Sichel sein können. Ja, hätte es auch sein können. Oder eine Minecraft-Stützer, gell? Ja. So, komm, streng dich an. Ja. Go Brocken. Go Brocken. Brocken, Brocken. Ja, Brocken macht jetzt ausnahmsweise mal was ab 18. So, sie hat ausnahmsweise lange Hände. Fertig. Ich mach das noch einmal hier so ein bisschen besser. So, da gibt's... Da gibt's... Vielleicht gibt's da... Ja, nein. What the fuck? Das ist gar nicht... Wieso meinst du was mit dir an? Es ist gar nichts perverses eigentlich. Sondern... Ja, Robert. Robert hat es... Ich bin immer nicht dafür, dass ich's rausgekriegt habe. Ja, 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 ja. Was soll denn das sein? Oh, was? Hallo? Was soll das sein? Warum malst du einen Typen? Seit wann werden Typen gemolken? Was ist denn los mit dir? Wie, werden sie mich oder was? Da hab ich mich auch nie geirrt. Okay, ich hab die Runde gewonnen. Echt? Wie, werden wir nicht gemolken, oder wie? Nein. Ja, doch, ich nenne das. Wir werden abgesaugt. Eine Bohne, hundertprozentig. Hallo? Ach, ab und zu werden wir auch mal gemolken hierher. Ja, gemolken. Oh, ja. Guck mal, sogar Robert und Sarah wussten das. Ja, nur ich nicht. Warum? Was soll denn das sein? Das wird immer kleiner. Oh, ich glaube, ich... Oh, wie schreibt man die? Ich weiß, was das ist. Ich weiß, was das ist. Ich glaube, man nicht. Schreibt man das? Achso, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Irgendwie so. Ich weiß es nicht genau. Verdammt! Es gibt ja noch Google. Nein, das machen wir nicht. Es wird nicht gegoogelt. Mann, je, 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 scheiße. Verdammt! Hä, aber die heißen doch so Babuschka-Figuren. Nein, die heißen anders. Matruschka heißen die. Es wird mit RJ geschrieben übrigens. Was? Als ob ich keine Punkte kriege. Ich kenne das nur unter diesen Babuschka-Figuren oder so, die dann Stück für Stück immer größer und kleiner werden. Genau, das sind diese Matruschka-Puppen. Ja, ich kenne die unter... Die heißen auch noch Babuschka-Figuren oder so. Okay, da werdet ihr nie drauf kommen. Oh mein Gott. Jetzt erraten wir es. Es ist... Okay, es ist was ganz Krankes. Okay, das ist, wenn man von oben guckt, ja? Jetzt mache ich euch das nochmal, wenn man von der Seite guckt. Das ist dann vielleicht einfacher. Das heißt, wenn ich von oben drauf gucke, sieht das so aus. Ähm. Nein! Hab's! Zero, du bist der Beste. Ich weiß nicht, wie ich das anders machen soll. Weil das ist quasi die männliche Form dafür. Also die meisten zumindest so. Aber das ist nicht gemeint, sondern das ist gemeint. Ich hab mich verschrieben, Mann. Ich hab's die ganze Zeit schon. Ich hab's die ganze Zeit richtig. Ich hab's gar nicht mehr hingeguckt. Ich dachte mir so, okay, eine Bürste ist es auch nicht. Brüste, weißt du? Ich hab Bürste geschrieben und ich guck zu Hause. Du hast Brüste geschrieben. Ja, das sehe ich jetzt auch, aber ich dachte, ich hab... Aber ich hab gerade gedacht, Bürste ist es auch nicht. Weil ich dachte, ich hab Bürste geschrieben. Ja, hallo? Dafür kann ich nichts. Das ist ein Rechtschreibfehler. Hallo? Was kann ich denn dafür? Scheiß Rechtschreibfehler. Das passiert, wenn man zu schnell tippt. Ich kann nicht. Wie heißen die Dinger? Ah, scheiße. Ah. Die heißen Rollator, oder was? Nein, darauf sitzt er. Wie nutzt du denn den Rollator? Gar nicht. Ich brauch sowas nicht. Bin zu jünger. Nein, kein Rollstuhl. Nein, Rollstuhl sowieso nicht. Ach. Was ist das denn? Fahrrad. Du hast aber ein komisches Fahrrad. Wo war denn das bitte ein Fahrrad? Das sah aus wie ein Rollator. Boah. Hä? Ihr seid so schlecht. Das erkennt man doch, was das ist. Ja, hallo. Das ist meisterlich gemalt, ja. Ja, aber echt. Meine Kunst. Ich sollte vielleicht nochmal in die Schule gehen. Künstler werden. Ja, Leonardo da Vinci. Ja, der Zweite. Ich male die Mona Lisa nach. Wow. Machst du nicht Leonardo DiCaprio, Kappa? Was? Ne, Leonardo DiCaprio. Ne, der war hässlich. Leonardo da Vinci. Gut, dass der untergegangen ist mit der Titanic. Aber seit wann schreiben wir? Ja, ich... Das kann man nicht malen. Die... Skype... Skype? TeamSpeak. Skype TeamSpeak, äh... Was gibt's da noch? Ich weiß nicht, was du willst. Kein Plan, was willst du von mir? Man kann das ja... Es gibt ja noch andere Dinge. Und nicht nur Skype, TeamSpeak, ICQ. Handy. Das Wort ist zu kurz. Besser als... Besser als TeamSpeak. Besser als TeamSpeak. Ähm. 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 Also ich weiß, was besser als TeamSpeak ist, aber das dürfen wir hier nicht sagen. YouTube. Nein, das hat auch nicht damit... Ne, egal, lassen wir das. Ähm. Ja, doch, wir dürfen alles sagen. Was ist denn besser als TeamSpeak? YouTube. Aha. Ja, was denn? YouTube hat keine Altersbeschränkung. Ich kann hochladen, was ich will. Ach, krass. Ich glaub sogar Penis. Und so. Wow. Discord. Loil. Loil. Ja, die anderen Wörter waren Gelb und Programmierer. Ja, Gelb hättest du wenigstens noch machen können. Ja, Gelb. Ich schenke dir doch keine Punkte. Ja, 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 ja. Aber du schenkst dir auch selber keine Punkte. Okay, ich mal schon wieder so richtig geil. Oha. Es ist... Ne Krakenhansch. Irgendwas Gruseliges wieder. Ich glaub, der Daumen ist gebrochen oder so. Kann das sein? Oh mein Gott. Ich weiß nicht, wie ich das anders machen soll. Ja, okay. Fingernail ist es nicht. Was machst du denn? Ich kann nicht mehr. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Was ist denn besser als TeamSpeak? Discord auf jeden Fall nicht. Aha. Aber sowas von. Quidditcher. Nein, Mann. Das erkennt man doch. Abgetrennte Fingernägel. Nein. Achso. Zero, fast. Fast. Anders. So, nur anders. Anders. Coupé. Nein. Zero. Hä? Komm nicht drauf. Komm, Leute. Oh mein Gott, ihr kriegt keine Punkte, wenn ihr das nicht erraten. Ja, das ist voll hässlich, das Wort. Fingerspitze, ach, leck. Oh nein. Ich hab doch gesagt, anders. Echt? Was war das für ein anders? Ja. So halt anders. Oder anders. So und anders. Wie Thomas, anders. Wie Thomas, anders. Ja genau, Thomas, nur anders, ne? So, 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 so. Es ist ein Monster. Es ist ein Monster. Es ist wirklich ein Monster. Neslon. Also ich finde das leicht Ja, ich habe es auch schon Ich finde das total grausam Also Jetzt mit dem Umhang sieht das gut aus Habe ich es auch verstanden Aber was das da oben sein soll, das weiß ich nicht Was soll das denn für ein Wort sein? Das ist verkrüppelt das Wort Was machst du da? Ich versuchte da irgendwie so Tiere hinzumachen Tiere Das wollen Fledermäuse sein, dein Ernst? Das sieht aus wie eine fliegende Ananas oder so Ja nee, ist klar, sowas soll ich jetzt malen Ja, hau es da rein Hau es da rein, ja total scheiße Wow Nein Okay, dann mache ich mit Ja Wieso weiß er das schon? Ja, weil ich Künstler bin und Robert genau weiß, was ich gutes male Robert, du bist der Meister hier Was soll das sein? Ja, ich hatte das selbe Wort auch schon Ja, aber Robert erkennt es halt einfach Hä? Was soll das sein? Ja Alala, was? Ich kann auch noch hier Warte So, ich kann Ja, hallo, das könnt ihr doch nicht Klavier, Archelaire Ja, hallo, weiße Tasten, schwarze Tasten Klavier meisterlich Letzte Runde, sind wir nicht geil In der letzten Runde Let's go, Robert Jetzt kommt Robert wieder mit so einem Überkrasschen Ja, Robert malt wieder irgendeinen Scheiß Ähm Loll Ja, ich wusste schon, als er angefangen hat Aber ich wollte nochmal sicher gehen Ja, ich hab's mir auch getan Okay, jetzt wird's aber kriegelig, ne? Ja, ja, Bam Bam hier, Junge Ja, war richtig Jetzt kommt das härteste Wort Ach du Scheiße Was ist denn? So schlimm kannst du ja nicht werden Doch, die sind richtig schlimm, die Wörter Welche soll ich denn davon nehmen? Hey Hören Sonsack Okay, okay Ober Richtig gut Hä? Bam Bam, wir sind einfach die Bosse So, hat's auch noch geschafft Der Meister Ach, weil er eine Doppel-Ehr geschrieben hat Ah, lol Weil du den Hashtag hinten dran gemacht hast Hashtag Lappenschirm Hashtag Lampen Vor allem hat Lampenschirme geschrieben Lappenschirme Wir sind jetzt auch Merenie So, jetzt kommt's Der Künstler, sie rummalt Es ist Ein Alien Das hat nämlich einen Grünkopf Ne, ich glaube, es ist kein Mensch Fukushima Alter Was ist das? Das ist kein Mensch Der hat aber Gesicht gemalt jetzt Eben sah es aus wie ein Kacktus Martin so ein Zilinder auf dem Kopf Das ist ne Fusion zwischen irgendwas Hä? Was zur Hölle ist das? WTF Ich will nicht wissen, was es ist Aber es ist irgendwas Gruseliges Hä? Alter Woll das sein? Ja, das will ich jetzt auch gleich wissen, das Wort Was ist das? Also die Zeit Grinch Ich hab das Wort falsch geschrieben Okay Aber der Grinch, der guckt gar nicht so nett Ja, ich weiß Doch, wenn er grinst Nie Was ist das? Was ist das? Kein Tisch Ist doch kein Tisch Was ist wie ein Monster Was? Ja, ist doch kein Tisch Ja, Robert wusste sofort Hallo Wir sind Männer Wir müssten das wissen Hä? Das sieht ein bisschen aus wie Mario Ja, ich wollte vielleicht auch Mario zeichnen Mario ist der Trendsetter in der Hinsicht Hä? Hä? So, hier, ich kann es auch noch die Farben ein bisschen Äh Ich check Ich komm nicht drauf Ich komm nicht drauf Verdammt, was ist das? Ups Wie kommt man denn nicht drauf? Die A-Jeans Deswegen blau Ja, das sehen wir jetzt Wegen dem hab ich jetzt nicht gewonnen, ne? Wegen der scheiß Jeanshose Robert ist erster Ja, wir waren Und Anna zweiter Ich war dritter Und der gute Zero War letzter Ja, Leute Ja, Leute Das war auf jeden Fall die Lustige Runde mit den vier Leuten Einmal mit Zero Möchtest du noch zum Abschied was sagen, Zero? Ja, Brocken, du bist gemein Und wir sehen uns das nächste Mal Ja, oh Anna Du darfst auch noch zum Abschied was sagen Ja, hat Spaß gemacht Und ich hab mich geärgert, dass ich nicht gewonnen hab Ja, und der gute Robert darf natürlich auch nochmal was sagen Wo war die Challenge? War ich nicht da Die Challenge war, weiß ich nicht Bei dem nächsten Mal Ja, Leute Und wenn euch das Video gefallen hat So würde ich mich natürlich Über einen Daumen nach oben sehr freuen Ansonsten könnt ihr unten rechts Gerne meinen Kanal abonnieren Denn seid ihr immer auf dem Laufenden Was ich gerade wann wie und warum mache Und ansonsten, ja Ja, allen Leuten wünsche ich auf jeden Fall noch Einen schönen Abend Hashtag Support Brocken Haut da rein Ich bin raus Und dann Hashtag Zero90 supporten Sein Twitch-Kanal wird unten auch nochmal verlinkt Haut da rein